Die Deutsche Physikalische Gesellschaft T.V., deren Tradition bis in das Jahr 1845 zurückreicht, ist die älteste nationale und mit über 62.000 Mitgliedern auch größte physikalische Fachgesellschaft der Welt. Sie ist ein gemeinnütziger, eingetragener Verein mit Sitz in Bad Tonev. In ihrer Satzung wird festgelegt, dass die DPG ausschließlich und unmittelbar der Physik dient. Die DPG ist Mitglied der European Physical Society und vertritt Deutschland in der International Union of Pure Enterplied Physics. Präsident ist seit dem 5. April 2016 Rolf Heuer. Zuvor war Edward G. Kruppaschig Präsident. Geschichte Die Gesellschaft ging aus dem Teilnehmerkreis des von Heinrich Gustav Magnus eingerichteten physikalischen Kolloquiums hervor und wurde am 14. Januar 1845 in Berlin als Physikalische Gesellschaft zu Berlin gegründet. Gründungsmitglieder waren unter anderem Emil Du Bois Raymond und Ernst Wilhelm von Brücke. Am 1. Januar 1899 ging aus ihr die Deutsche Physikalische Gesellschaft hervor. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die DPG von den Alliierten aufgelöst und bestand nur noch im Verband Deutscher Physikalischer Gesellschaften fort. 1963 wurde sie neu gegründet. Die PGZB besteht weiter als eigenständiger Verein und Regionalverband der DPG. Gemäß der Präambel zu ihrer Satzung knüpft die DPG ferner an die Tradition der 1919 gegründeten Deutschen Gesellschaft für Technische Physik E. V. an. Im Anschluss an die Deutsche Wiedervereinigung wurde 1990 die Physikalische Gesellschaft der DDR in die DPG integriert. Sitz der DPG ist Bad Honef. Dort befindet sich auch die Geschäftsstelle die seit dem Jahr 2004 vom Hauptgeschäftsführer Bernhard Nunner geleitet wird. Seit 1976 ist die DPG-Trägerin des Physikzentrums Bad Honef in dem Tagungen in dichter zeitlicher Folge stattfinden. In Berlin-Mitte im Magnushaus unterhält die DPG eine Zweigstelle. Dort befindet sich auch das historische Archive der DPG. Aktivitäten Die Gesellschaft arbeitet unabhängig und mischt sich auch zu relevanten Themen in die öffentliche Debatte ein. So vertraten beispielsweise auf einem Forum der 51. Tagung der Gesellschaft am 2. April 1987 Wissenschaftler die Ansicht, dass sie von den USA geplante Strategic Defense Initiative nicht realisierbar sei. Sie versteht sich als Vertretung der Gesamtheit der in Deutschland lebenden Physiker gegenüber der Öffentlichkeit und soll den Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern und mit ausländischen Kollegen fördern. Die DPG betreibt selbst keine physikalische Forschung. Mit Kongressen fördert sie jedoch den Informationsaustausch über neueste physikalische Erkenntnisse. So treffen sich zu den traditionellen Frühjahrstagungen der DPG, die Jahr für Jahr in verschiedenen Städten Deutschlands stattfinden. Rund 10.000 Fachleute aus dem In- und Ausland. Zu diesen Tagungen zählt regelmäßig der größte Physik-Kongress in Europa. Überdies wurde ein Forum für Frauen in der Physik eingerichtet. Die alljährlich stattfindende Deutsche PhysikerInnen-Tagung. Die Nachwuchsförderung ist ein weiteres zentrales Anliegen der DPG und so sind ihre Tagungen insbesondere für die junge Generation eine Plattform. Dort können Studierende mit namhaften WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern persönlich ins Gespräch kommen. Innerhalb der DPG widmet sich insbesondere die Arbeitsgruppe Junge DPG, ein bundesweites Netzwerk für Schüler, Physikstudierende und Doktoranden, den Interessen des Nachwuchses. Das Angebot der JDPG umfasst sowohl wissenschaftliche Aspekte als auch Berufsvorbereitung und Arbeit im hochschulpolitischen Bereich. Neben der Nachwuchsförderung bietet die DPG auch zahlreiche Aktivitäten für PhysikerInnen und Physiker aus dem Umfeld der Industrie und Wirtschaft an. Diese werden vom Arbeitskreis Industrie und Wirtschaft organisiert und durchgeführt. Neben der Tagungsreihe Forschung, Entwicklung, Innovation werden vielerorts regionale Stammtische bzw. Industriegespräche zum Erfahrungsaustausch angeboten. Preise und Ehrungen. Siehe auch, die DPG würdigt physikalische Spitzenleistungen mit Auszeichnungen von internationalem Renommee. Die beiden wichtigsten sind die Max-Planck-Medaille für theoretische Physik und die Stern-Gerlach-Medaille für experimentelle Physik. Manche Auszeichnungen wie der Gustav-Herz-Preis für junge PhysikerInnen und Physiker dienen der Nachwuchsförderung. Andere wie der Otto-Hahn-Preis werden von der DPG in Kooperation mit Organisationen aus dem In- und Ausland verliehen. Mit der Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik ehrt die DPG Persönlichkeiten, die sich besonders darum verdient gemacht haben, naturwissenschaftliche Sachverhalte in der Öffentlichkeit darzustellen. An Mitglieder, die sich in herausragender Weise für die Belange der DPG eingesetzt haben, wird eine Ehrennadel verliehen. Darüber hinaus zeichnet die DPG bundesweit Abiturientinnen und Abiturienten für herausragende Physikleistungen aus. Sie unterstützt Schülerwettbewerbe wie das International Young Physicists Tournament, fördert innovative Schulprojekte und organisiert Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit. Die Mitgliederzeitschrift Das Physikjournal berichtet über Neuigkeiten aus der Physik und der DPG. Artikel älter als drei Jahre stehen dabei als Open Access zur Verfügung. Des Weiteren gibt die DPG gemeinsam mit dem britischen Institute of Physics ein elektronisches Fachmagazin heraus. Das News Journal of Physics. Alle Artikel dieser Open Access Zeitschrift können kostenfrei gelesen und heruntergeladen werden. Die hier publizierten Artikel haben ein strenges Prüfverfahren durchlaufen. Unter dem Namen Verhandlungen erscheint das Tagungsprogramm der DPG, das Jahr für Jahr die Zusammenfassungen von rund 8000 Fachvorträgen auflistet. Mit populärwissenschaftlichen Publikationen und öffentlichen Veranstaltungen beteiligt sich die DPG am Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Zu diesen Aktivitäten gehören auch die Highlights der Physik. Dieses jährlich veranstaltete Physik-Festival, das die DPG gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung organisiert, zählt Jahr für Jahr rund 30.000 Besucher, damit ist es das größte seiner Art in Deutschland. Das Webportal Welt der Physik wird von der DPG gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung betrieben. Es richtet sich auch an Nicht-Fachleute. Früher gab die DPG auch die Zeitschrift für Physik heraus, die heute im European Physical Journal aufgegangen ist. Und es gab in den Vorgängerorganisationen der heutigen DPG noch weitere Zeitschriften. Vorsitzende und Präsidenten der DPG, Nobelpreisträger, lebende Mitglieder der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die einen Nobelpreis verliehen bekommen haben. 1985 Klaus von Klitzing 1986 Gerd Binig 1987 Johannes Georg Bettenortz 1987 K. Alex Müller 1995 Paul Josef Kruzen 2001 Wolfgang Ketterle 2005 Theodor Hensch 2007 Gerhard RTL 2007 Peter Grünberg 2014 Stefan W. Hell Unter den verstorbenen DPG-Mitgliedern befinden sich über 30 Nobelpreisträger unter anderem Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger und Nils Bohr. Siehe auch, österreichische Physikalische Gesellschaft, Schweizerische Physikalische Gesellschaft. 2011 apsegsaft 4 4 5 5 7 1 Vielen Dank.